Das, das ist der Jörg. Er arbeitet bei Klöber in der Entwicklungsabteilung und denkt sich Stühle aus. Und da sitzt er und denkt. Er muss einen Stuhl entwerfen, der sich von alleine bewegt und keine Hebel hat. Das klingt leicht, ist es aber nicht. Da beobachtet er etwas Interessantes. Der Clip des Kugelschreibers hat eine besondere Federwirkung, erzeugt durch zwei Drehpunkte, die versetzt zueinander sind. Ein Drehpunkt, zweiter Drehpunkt. Hier sieht man, wie die Feder um die zwei Drehpunkte aufgebogen wird. Biegung um zwei Drehpunkte. Erster Drehpunkt, zweiter Drehpunkt. Moment mal, könnte diese Feder nicht im Rücken eines Stuhls wirken? Das wird doch sofort ausprobiert. In der Werkstatt schraubt er mit dem Peter so eine Rückenlehne zusammen. Hier sieht man die zwei Drehpunkte. Und der Rücken federt. Das könnte doch ein Ansatz sein. Wir haben eine Feder mit zwei Drehpunkten. Und dann fiel ihm noch was auf, als er mit seinen Kindern auf dem Spielplatz war. Dass der Schwerpunkt bei kleinsten Veränderungen große Wirkung hat. Das müsste doch für groß und klein gelten, oder? Und deshalb ging er mit seinen Freunden Wolfgang und Kurt nochmals auf den Spielplatz. Um das bei groß und klein auszuprobieren. Der Kurt, ganz klein, erstes Perzentil. Und man sieht, schon bei kleinsten Körperbewegungen bewegt sich der Sitz ganz stark. Der Wolfgang, 99. Perzentil. Und, dass es wichtig ist, die Balance zu halten. Deshalb geht er wieder in die Werkstatt und bastelt dann einer Waage, die die Balance hält zwischen Sitz und Rücken. Und das sieht dann so aus. Anschließend geht er zum Manfred und die beiden machen dann einen echten Stuhl daraus. Und so sieht er dann aus. Bewegt sich. Wie eine Waage. Für die Balance brauchen wir eine Waage. Und dazu machen wir die Feder mit den zwei Drehpunkten. Diese zwei Prinzipien werden jetzt vereint zum perfekten Stuhl. Hier sieht man nochmal die Waage. Und die Feder mit den zwei Drehpunkten. Passt. Für alle. Und da sind die Zähköping. Bis zum nächsten Mal.